Das Problem ist, ich bin jetzt schon so nah dran, dass es langsam, das ist eine Kampfansage. Wenn du mal so über die Karriere nachdenkst, was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast und von wem? Mein Papa, wobei ich die Sichtweise eh teile, dass das Sportliche immer Vorrang haben muss. Also wenn du eine Entscheidung triffst, muss das Sportliche das Wichtige sein. Nicht, wo du gerne lebst, wie viel Geld du verdienst, weiß ich nicht, Fame oder was auch immer. Sondern das Wichtigste muss immer der sportliche Aspekt sein. Und ich glaube, dass man damit auch sehr gut fährt und im Endeffekt auch die anderen Bereiche davon profitieren. Ich würde tatsächlich sagen, von meinem Vater. Weil der hat mir damals gesagt, guck von Tag zu Tag, wenn ich jetzt heute gut trainiert habe, heißt das nicht, dass ich morgen wieder gut trainiere. Von Familie aus, dass man nie aufgibt, dass man immer weitermacht, das wird am Ende belohnt. Wenn du sagst Familie, war das eher Papa oder Mama oder alle? Mein Vater, das ist die gleiche Einstellung. Der kam tatsächlich von meinem Vater. Der hat immer gesagt, wenn du irgendwie an deinem Limit bist, merkt dir eins, dein Gegner ist genauso an deinem Limit. Er meint damit halt, dass es weitergeht. Du musst dem Gegner dann zeigen, dass du weiter kannst, weil du ganz genau weißt, er ist auch an der Grenze. Wahrscheinlich zu dem, dass er kurz vorm Kollabieren ist. Genau dann weiterzumachen, ich glaube, das ist einfach der Schlüssel auch zum Erfolg. Wenn du kein Spieler wärst, welche Position im Klub könntest du dir am besten vorstellen? Das Problem ist, ich bin jetzt schon so nah dran, dass es langsam, dass es jetzt eine Kampfansage ist. Erst mal in so einer schönen Rolle, diese Legendenreisen mitmachen, drei, vier Tage irgendwo hinfliegen, ein bisschen Fußball spielen, ein bisschen BVB repräsentieren. Auf jeden Fall nicht Arzt. Dann würde ich wahrscheinlich auf dem Feld was machen. Ich glaube, ein Athletiktrainer. Ja, ich finde, das ist geil, dass du auch den Spielern dann einfach, ja, auch im Kraftraum Sachen zeigen kannst, mit denen trainieren kannst. Dann würde ich den Torwarttrainer machen. Der Torwarttrainer hat immer auch nochmal, finde ich, so einen anderen Bezug zur Mannschaft. Stimmt. So, mit dem kann man auch mal lockerer quatschen. Aber klar, auf Sicht kann es auch so etwas sein, wie im obvertrieben Bereich Trainer. Ja, tatsächlich auch Trainer. Da ist schon viel möglich. Vielleicht Co-Trainer, Trainer, dann hast du, ja, Druck, aber du musst auch, ich glaube, die ganze Zeit an Fußball denken, auch wenn du zu Hause bist.